WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Ja, das ist primär jetzt, ich habe jetzt ein paar Mal gefällt es, warte mal. Das ist ein ganz, ganz tolles Modell dieser MAN Renntransporter. Ich zeige Ihnen mal den Unterschied, ich gebe jetzt mal den beiden Fahrzeugen Vollgas. Genau das passiert, der Porsche mit 10 Prozent, der steht, das heißt, der kommt da entspannt durch, nochmal, der hat jetzt 60 Prozent Leistung. Das ist ein ganz, ganz tolles Modell. Das ist ein ganz, ganz tolles Modell. Akku-Auflegger ausfahren. Also Sie sehen, ein ganz, ganz tolles Modell. Erstmalig Sie sehen, gerade frisch fertig geworden für hier. Für die Wiederaufladung und wir dann mit dem kompletten Gespann weiterfahren. So einfach, dass man da die Rampe ganz genau trifft. Also das muss man wirklich ganz, ganz toll schon beherrschen. Ich nehme an, er hat schon fleißig geübt zu Hause. So, der LKW ist jetzt drauf, wird jetzt gesichert, die Auffahrtsrampen werden wieder eingeschoben und er kann mit dem ganzen Gespann wieder weiterfahren. Ein ganz, ganz tolles Modell dieser MAE-Renn-Transporter. So, der LKW wurde gestern. Wir gesehen haben, ob wir heute noch einzigen, ob man da geht. Ich habe ja eine Dreierachszugmaschine, diese Orange mit dem schwarzen Planenausleger, kommt aus dem Hause Tamiya, wurde etwas ungebraucht. Das sind diese wunderschöne Beleuchtung, die dieser ETH, ganz speziell. Das sind diese Wunderschöne Beleuchtung, die dieser ETH, ganz speziell.